Herzlich Willkommen zurück zum Arma 2 Private Military Company Let's Play So So, wir sind hier noch in Mission 9 Weiß ich, was soll ich denn nachher vergessen? Luftfahrt Genau Luftfahrt Und wir sind hier, die sind Dörfchen hier Zu zerlegen Damit unser Konvoi Durchfahren kann Wenn das dann mal irgendwann klappt Und unser Door Gunner Sich mit seinem M32 Ausgetobt hat Dann Geht die Mission auch immer mal weiter Vielleicht noch mal ein bisschen runter gehen Hier Na komm schon Da läuft noch einer Und wir drauf Komm Meine Güte Eine schwere Geburt hier Oh, jetzt werden wir schon wieder beschossen Komm, fliegt mal ein bisschen näher ran Und dann hier gleich Schossen Und die Kiste geht noch weiter kaputt Na, jetzt komm schon Komm, jetzt schaffst du das Können doch nicht mehr echt nicht mehr viele sein, ey Läuft immer noch einer Ich fass das nicht, ey Ah, gucken wir uns mal die andere Seite an Oh Sieht gut aus Da läuft er Ah Und jetzt hier deine Chance Bist du vielleicht noch zu dicht dran, oder Mal eben ein Stück hin Von wegfliegen hier wieder Sehe ich schon Gleich sagt er Er hat keine Munition mehr für seinen Geradwerfer Also Ich rufe da Ich rufe das nicht mehr, ich rufe die Ich rufe das nicht mehr naja hier wird man noch eine Runde rüber wird schon wieder ganz nudgy im Kopf hier Puh, dann nehmen wir noch mal einen Schluck Kaffee na Kumpel, auch einen so hier, nehmen wir mal einen Schluck ja, ist Kaffee im Mittenweg magst du nicht? oder trinkst du nur schwarz? ja, Pech selber schuld dann kriegst du halt keinen so, wie ist jetzt hier die Lage? was sagst du? ja, haben wir noch nicht alle abgeschossen okay ja, zwei braucht Hilfe ich auch boah, mal jemanden, der hier die abschießt boah ey wahrscheinlich habe ich kein Sprit mehr, bevor ich die alle abgeballert habe kann ja nicht sein, ey oh, jetzt mal nochmal speichern so, jetzt mal roberfliegen, rüberfliegen gucken, ob wir hier irgendwie noch eine decken so, im Tiefflug nochmal rüber gehen hier da hinten läuft noch einer da vorne links, oh, da sind noch zwei so, komm halt drauf komm, jetzt das könnte es gewesen sein das könnte es gewesen sein scheiße, jetzt haben sie über den Heckrotor getroffen Vogel in die Luft zu halten bis wir es geschafft haben toll oh, Glück gehabt Point Pemperly oder wie es auch immer heißt selber säubern, okay ja, klasse wir haben hier mittlerweile schon gut zerschossenen Schrauber naja, jetzt fliegen wir mal weiter was wäre denn hier hey, eine Karte ah oh, oh oh, Heckrotor okay, wir sollen zurück zur Basis nach Zaga Rabatt fliegen äh, und setzen sie an so am Kontrollpunkt ab, damit er auf uns wartet okay ja, mach ich doch gerne da vorne anscheinend am Kontrollpunkt, okay das speichern jetzt aber nochmal eben ab zack puh, schwere Geburt hier oh, oh oh, scheint ja als hätten wir es gleich geschafft so okay okay, da sollen wir unseren Door-Gunner also absetzen und da vorne an diesem Kontrollpunkt da okay, tun wir das auch mal ein bisschen vorsichtig sein hier mit dem Hubschrauber ein bisschen vorsichtig sein hier mit dem Hubschrauber ein bisschen vorsichtig sein hier mit dem Hubschrauber ist ja doch schon so ein bisschen beschädigt okay wow okay, alles klar geschafft, super naja trotz Schäden an der Hülle ist es Team Spare gelungen sowohl das Fahrzeug des Klienten als auch das Material sicher durch feindliches Gebiet in Zentraltarkistan zu bringen ja ihre Abschüsse Grenadier bla 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 tja paar Leute waren es paar Leute sind es gewesen okay gut dann verabschiede ich mich hier danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in Mission 10 wieder äh, Mission 10 wieder bis dann, tschüss